Astro-Rebellin, Astro-Rebell, willkommen auf deinem Kanal der Astrologie auf YouTube. Ich bin Emanuel von Zenstern aus Berlin und das ist deine allgemeine astrologische Monatsprognose für Mai 2024. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, bitte überlege es dir, ob du das doch abonnierst, damit du keine von meinen Beiträgen in der Zukunft verpassen kannst. Und nun die Prognose. Lieber Zwilling, du beginnst den Monat mit einem Quadrat zwischen Venus und Pluto. Am Monatsanfang verspürst du möglicherweise das Bedürfnis, deine inneren und äußeren Welten in Einklang zu bringen, aber dabei könnten Hindernisse oder Widerstände auftreten. Du solltest am Monatsanfang alles mit Geduld umsetzen, ohne Eile. Am zweiten des Monats hast du Pluto rückläufig im Sternzeichen Wassermann bis November 2024 könntest du dich mit Fragen der Spiritualität, Philosophie oder höheren Bildung intensiv auseinandersetzen und möglicherweise alte Überzeugungen oder Ideologien überdenken. Themen wie Reise oder Bildung sind hervorgehoben in diesem Monat. Auch das Thema Umzug ist bei den meisten Zwillingen hervorgehoben in diesem Monat. Am dritten und bis siebten Mal bilden Mars und Pluto ein Sextil. An diesen Tagen wirst du eine starke innere Motivation verspüren, um verborgene oder unterdrückte Energien freizusetzen, besonders im Hinblick auf Themen wie Arbeit oder Gesundheit. Am achten Mal hast du einen neuen Mond im Sternzeichen Stier. Dieser neue Mond, mein lieber Zwilling, zeigt eine Zeit, in der du dich tiefer mit deiner inneren Welt verbindest, Möglichkeiten zur Heilung und Erneuerung erkundest. Rückzug und Regeneration sind in dieser Zeit erforderlich. Am 9. Mai und bis 14. des Monats hast du Sonne Konjunktion Uranus im Stier. Für deine weitere Entwicklung ist es erforderlich, dich von alten Mustern zu befreien und dein Leben auf unkonventionelle Weise zu gestalten. Die Suche nach neuen Alternativen ist in allen Lebensbereichen empfehlenswert, insbesondere wenn du mit einem bestimmten Menschen oder Thema abschliessen möchtest. Am 15. Mai, da ist dein Zeichenherrscher Merkur im Stier eingetreten. Und das heißt, bis 3. Juni wirst du neue Wege finden, um deine innersten Gedanken und Ideen zu artikulieren und deine spirituelle Suche zu vertiefen. Kreative Unternehmungen sowie Hintergrundarbeit sind mit dieser Platzierung von Merkur in deinem 12. Haus begünstigt. Am 6. und bis 22. Mai bilden Mars und Rahu bzw. die nördlichen Monknoten im Sternzeichen wieder eine Konjunktion. Du könntest deine Energie und Entschlossenheit in Gruppenaktivitäten oder sozialen Anliegen lenken. Du wirst dazu neigen, impulsiver zu handeln. Danach am 23. Hast du einen Vollmond im Sternzeichen Schütze. Es könnte eine Zeit sein, mein lieber Zwilling, in der du alte Muster oder Blockaden in deinen Beziehungen erkennst und neue Einsichten gewinnst, um eine harmonischere Verbindung mit deinen Mitmenschen zu schaffen. Danach, zwischen 24. und 25. Mai hast du Venus, Trigon, Pluto. Du könntest ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen deiner inneren und äußeren Welt entwickeln. Kreative Unternehmungen sind am Monatsende besonders begünstigt. Am 26. hast du Jupiter, den Planeten der Expansion in deinem Zeichen laufend. Und das bedeutet für dich, mein lieber Zwilling, dass du bis Juni 2025 eine Zeit des Wachstums und der Expansion in Bezug auf deine persönliche Entwicklung und deine Identität erleben wirst. Du könntest neue Chancen für Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung erhalten. Und darüber hinaus das Thema Reise, auch das Thema Bildung ist mit diesem Transit vom Jupiter in deinem Zeichen. Beide Themen sind hervorgehoben. Und dann, zwischen dem 27. und 31. Mai hast du Merkur, Konjunktion Uranus im Stier. Zum Monatsende wirst du plötzliche Eingebungen oder innovative Ideen haben, die deine Suche nach der Wahrheit oder dein Verständnis von deiner inneren Welt revolutionieren könnten. Lieber Zwilling, erinnere dich bitte, dass diese ganz allgemeine Aussagen sind. Du kannst die schriftlichen Versionen von diesen Prognosen auf meinem Blog lesen und verfolgen. Wenn du eine individuelle und ausführliche, eine genaue Analyse haben möchtest, kannst du diese auf meiner Homepage buchen. Du würdest eine schnelle Antwort von mir bekommen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Glück im Mai 2024.